Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hole jetzt ein PC-Konvolut und ein paar Teile ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich wieder da bin. Ich bin wieder zu Hause und habe den ganzen Kram mal in den Keller getragen. Wie ihr schon seht, hier haben wir fünf Rechner. Einmal hier so ein altes Coolamaster-Gehäuse in blau-schwarz. Hier ein Thermaltake-Gehäuse. Das gleiche habe ich auch, allerdings von Coolamaster, das heißt ein Wavemaster. Es ist aus Aluminium und ein bisschen hochwertiger als das hier. Das hier ist ein ganz normales Gehäuse, hat eine Plastikfront. Hier noch so ein Schakun-Gehäuse, das hat auch ein Sichtfenster. So wie hier ein ganz normaler Dell Optiplex, der soll aber eine Macke haben und einen Dell-Server. Aber die PCs gucken wir uns später auch nochmal detailliert an. Dann habe ich hier noch eine Kiste mit verschiedenen Sachen drin. Ein paar Netzteile, eine Tastatur, SATA-Kabel, diverse Festplatten und CD-Laufwerke, wovon eins sogar hier ein Blu-ray-Laufwerk ist. Und ich habe mir hier mal einen anderen Bildschirm hingestellt, der auch ein DVI hat. Das hatte der vorherige nämlich nicht. Bei mir im Ort waren mal irgendwann zehn Bildschirme zu verschenken. Habe ich alle abgeholt und da war der auch bei. Und jetzt erfüllt er hier noch seinen Zweck. So, ich würde sagen, ich stelle mir die Sachen immer mal hier vorne hin. Und wir starten doch einfach mal mit den Festplatten. Die hier ist beschriftet. Das ist eine Samsung-Festplatte mit einem Terabyte. Also nochmal vorab, alles soll funktionieren, wurde mir gesagt. Bis auf den Dell, der hat nämlich eine kleine Macke. Okay, also Samsung ein Terabyte haben wir. Hier Toshiba aus 2014 mit 500 Gigabyte. Von wann ist die hier eigentlich? Steht das hier irgendwo? Von 2009. Überprüfen wir natürlich noch alle. Ich könnte jetzt auch die Festplatten hier noch testen, aber ich will euch ja nicht langweilen. Wenn die Person sagt, dass die funktionieren, dann glaube ich ihm das auch. Auch ein Terabyte und hier haben wir noch wieder 500 Gigabyte von 2008. Also wie bin ich zu diesen ganzen Sachen gekommen? Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein, zwei Jahren habe ich mich mit jemandem aus meiner Schule unterhalten und der war ganz begeistert davon, von den PC-Sachen, die ich hier mache. Und dann hat er auch damit angefangen. Und jetzt vor kurzem hat er mir geschrieben, dass er jetzt sein ganzes Zeug abgeben möchte. Habe ich gesagt, okay, ich habe mir eine Summe vorgestellt, habe gefragt, was er haben möchte. Und er hat dann genau diese Summe genannt und dann haben wir uns eben auf 300 Euro für alles hier geeinigt. Ich finde, das ist ein angemessener Preis und das passt auch. Und ich habe ihn gefragt, warum er denn jetzt alles verkauft, ob er die Lust daran verloren hat. Und er meinte, ja. Und dreimal dürft ihr raten, warum. Genau, wegen eBay Kleinanzeigen. Im Moment sind die Leute besonders schlimm. Man kann so oft Festpreis in die Anzeige schreiben, wie man will. Es gibt immer irgendwelche Affen, die dann trotzdem kommen und einen runterhandeln wollen. Erst mal 25% runterhandeln und sich dann wundern, warum der Verkäufer das nicht macht. Und dann ist man ja sofort unhöflich und kann sich das ja alles gar nicht vorstellen. Blablabla. Ihr wisst, was ich meine. Und teilweise gibt es sogar Leute, die wollen einen einfach nur nerven, schicken einem irgendwelche Bilder. Also ich war auch schon mal kurz davor aufzuhören, aber ich ziehe es durch. So 2012, das andere war von 2009. Die sollen halt alle funktionieren. Dann haben wir hier diverse SATA-Kabel. Alle schön mit einem Kabelbinder zusammen gemacht. So gehört sich das. Hier sogar noch ein original verpacktes SATA-Kabel kann man nie genug haben. Man denkt immer, man hat da viel zu viele von. Aber auf einmal sind sie weg. So, hier haben wir eine Schakun-Tastatur. Mir wurde gesagt, die soll leuchten. Und die hatte mal eine Macke. Also die gehörte ursprünglich gar nicht dazu. Und er meinte, bei ihm hätte sie keine Macke gehabt. Muss ich auch mal testen, ob die funktioniert. Ich werde öfter mal nach Tastaturen gefragt. Dann kann man die ja auch mal mit dazugeben. Ich habe noch vom Action diese 5 Euro Gaming-Mäuse. Das wird doch dann eine perfekte Kombination sein. Also wenn die funktioniert, das wäre doch was. Hier sind dann diverse Netzteile. Fangen wir mal mit dem ersten an. Uh, Excellent Power. Meine absolute Lieblingsmarke. Mit 300 Watt. Oho, da bin ich doch mal gespannt. Das Teil hat kein SATA. Mal gucken, was der Netzteiltester sagt. Das mache ich jetzt auch nicht. Den habe ich auch gar nicht hier. Wie gesagt, ich will euch nicht langweilen. Ich glaube, das Video wird eh schon relativ lang. Ich denke, wenn man da irgendeinen 775 Office-PC hat, der irgendwie noch ein Netzteil braucht, könnte das funktionieren. Aber ich wäre da sehr vorsichtig. Und ich sehe sogar, hier sind noch die Schrauben drin. Ja, muss man noch rausdrehen später. Aber immerhin sind sie da. Okay, das ist Netzteil Nummer 1 hier. Dann haben wir hier noch ein Netzteil mit so einem coolen orangenen Lüfter. Verrückter alt ist noch so ein Teil. Also wenn die Lüfter an einem Netzteil so angeordnet sind, weiß man schon, die sind relativ alt oder ein bisschen älter. Auch so die goldenen Schrauben, das ist so typisch zwischen 2005 und 2010. Und ich habe noch nie so einen Schalter gesehen an einem Netzteil. Die sehen sonst immer anders aus. So, das ist ein Thermaltake-Netzteil. So schlecht könnte das, glaube ich, gar nicht sein. Wie gesagt, das ist halt nur steinalt. Man muss sich auch die Werte angucken. Läuft das noch? Soll angeblich 550 Watt haben. Also, ja gut, steht hier irgendwo dran, von wann es ist. Uiuiui, das sieht ja nicht schlecht aus. Muss man dem Netzteil lassen. So, das ist eigentlich nur hier die Qualitätskontrolle. Aber normalerweise ist hier noch so über die Ecke so ein Aufkleber, der auch gleichzeitig als Garantiesiegel dient. Wo man dann sieht, wann das Netzteil produziert wurde. Aber das scheint bei diesem nicht der Fall zu sein. Und ich muss ihm auch Props geben, weil alles, was ich bisher hatte, das ist sauber. Das ist nicht verstaubt, nicht verdreckt. Also, finde ich ziemlich super. Also, ich würde sagen, das Netzteil hier ist von zwischen 2005 und 2010. Wahrscheinlich sogar noch älter, sonst wäre dieser Anschluss nicht da. Das Netzteil hat auch gar keinen Saarteil. Vielleicht ist das sogar noch älter. Aber ich glaube, damals war das schon so ein Mittelklasse-Netzteil gewesen. Und hier ist leider kein Bequiet Pure Power 530 Watt drin, sondern ein weiteres Netzteil. Oh, eine Pappschachtel, kann ja weg. So, das sehen wir nach einem Dell-Netzteil aus. Genau, Dell. Wie viel Watt? Ähm, 240, okay. Also, auch mehr so für einen Office-PC. Ja, ist auch in Ordnung. Also, vielleicht ist das das aus dem vermeintlichen Dell-Rechner, der defekt sein soll. Können wir auch gleich mal gucken. Jetzt geht es erst richtig los. Ich habe hier so eine schöne Kiste neben mir stehen. Und da fangen wir direkt mal mit einer WLAN-Karte an. Da wollte er ursprünglich noch 5 Euro für haben. Da habe ich gesagt, nee, behalte die mal lieber. Ich habe das Geld nur passend mit. Das stimmt auch wirklich. Ich habe immer nur so viel Geld dabei, wie ich brauche. Eigentlich könnte man da auch ein bisschen mehr mitnehmen. So, hier Originalverpackung mit der WLAN-Karte. Was ist das denn? Ach, das sind die Antennen wahrscheinlich. Ja, hier schön in Küchenpapier. Habe ich auch noch nie mit Aufschrift gesehen. So. Und dann hier schön in der ISD-Tüte die WLAN-Karte. Auch schön mit PCI-X1. Da habe ich keine mehr von. Dann hier schön mit den Antennen. Und dann kommt die in meine PCI-Kartenkiste. Also, den meisten Krempel, den ich hier so rumfliegen habe, der kommt meistens aus irgendwelchen PC-Konvoluten. Und da findet man halt meistens die ausgefallenen Sachen. Das ist jetzt eine WLAN-Karte. Ich weiß, aber sowas kauft man halt nicht neu, weil das immer 12, 13 Euro kostet. Und selbst auf Ebay immer noch 10 plus Versandkosten. Also, ich persönlich habe meine WLAN-Karten nur, weil die mal irgendwo drin waren. Dann geht es auch direkt weiter mit Apier. Er wollte es auspacken und mir zeigen, aber habe ich schon gesagt, Grafikkartenstütze, hat er gesagt, jawohl. Sogar mit RGB. Ich habe in meinem PC auch eine, allerdings ohne RGB. Ich glaube sogar auch von Apier. Könnte gut sein. Dass das Modell ist ohne RGB. Boah, die sieht ja richtig cool aus. Hier mit den Schrauben. Also, davon wusste ich auch nichts. Die haben auch einfach dazugegeben. Hier mit den neuen RGB-Anschlüssen. Ja, ich glaube, die kann man dann tatsächlich nur über das Mainboard betreiben. Ich glaube, ich baue die bei mir nicht ein, weil ich habe schon genug RGB in meinem Rechner. In einem der letzten Shorts-Videos ist der zu sehen und ich glaube, da könnt ihr mir nur zustimmen. Packen wir die mal wieder ein hier. Ich verkaufe die jetzt nicht, weil irgendwann kann man die bestimmt noch gebrauchen. Dann hat man einen schönen PC, wo die zu passt. Und dann freut man sich, dass man hier noch sowas rumliegen hat und nicht wieder erst eine Grafikkartenstütze für 20 Euro auf Amazon bestellen muss. Lege ich auch einfach mal hier hin. Wie gesagt, der Stapel wird jetzt wachsen. Hier einen Xilence-Lüfter. Da habe ich aber schon ordentlich Spiel, aber wenn er keine Geräusche macht, dann sollte der noch gehen. Kommt doch erstmal direkt in meine Lüfterkiste. Und als nächstes haben wir hier einen Dell-Einbaurahmen für 3,5 und 2,5 Zoll. Lege ich direkt mal hier auf den Dell-Computer, weil da gehört dieser Einbaurahmen zu. Dann haben wir hier das Herzstück, eine GTX 770 von Asus. Das gute Modell. Das Ding hat sogar eine Backplate hier. Das ist ja so geil, dieses Ding. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Da könnte man auch aus dem letzten Video das Big White Netzteil verwenden mit noch zusätzlich einem 6-Bin-Adapter. Wird das locker packen. Und dann dieses Teil. Das kann noch ordentlich was. Die ist schon mal mindestens 50 Euro wert. Wenn man die jetzt so auf Kleinanzeigen kaufen würde. Und das finde ich ziemlich gut. Also dass das schon dabei war, muss ich sagen, sehr geil. Und was ist das denn? Boah, eine Tüte voller Arbeitsspeicher, voller DDR2. Also ist ja sauviel DDR2 da drin. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? 512 Megabyte. Ja, genau so sieht es in meiner DDR2-Kiste auch aus. 1 Gigabyte. 1 Gigabyte. 1 Gigabyte. 1 Gigabyte. 2 Gigabyte. 2 Gigabyte. Und 2 Gigabyte und 2 Gigabyte. Hier der 512 Gigabyte-Riegel. Schön und gut, aber damit kann man heute nichts mehr anfangen. Ich versuche mich auch schon so von DDR2 zu distanzieren. Weil, das ist es einfach nicht mehr. Windows 10 mag es auch nicht so gerne. Selbst mit einer SSD. Also, die Zeiten sind eigentlich fast schon vorbei. Das gleiche hier DDR1-Arbeitsspeicher. Also DDR. Wie viel ist das? 256 Megabyte? Oder wie viel? Ich sehe es gerade nicht. Irgendwie sowas rum wird das sein. Also, braucht man auch nicht mehr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das DDR1 oder irgendwas anderes ist. Also, bei den alten Sachen bin ich auch nicht mehr so drin. Dann haben wir hier einen dicken G-Skill DDR3. Wie viel Gigabyte hat der? Das sind tatsächlich 8 Gigabyte müssen das sein. Entweder 8 oder 4. Ja, 4 Gigabyte sind es. 4G mal 2. Kann man halt auch irgendwo mal mit einbauen. Sieht ganz schön aus. Was haben wir noch? Einen kleinen Lüfter. Wenn der nicht allzu laut ist, dann können die auch mal ganz nützlich sein. Haben wir noch hier. Noch einen Lüfter. 120 Millimeter. Drei Pin. Kann man auch mal ein Gehäuse bauen oder nehmen, wenn letzter Lüfter kaputt ist. Dann haben wir hier auch noch, na komm, ein cooler Master Lüfter. 120 Millimeter Lüfter kann ich im Moment relativ gut gebrauchen. Dann haben wir hier noch eine Grafikkarte mit, ohne HDMI. Das ist eine Sotec 9800 ECO 1 Gigabyte. Also allein schon dieser Kühlkörper, der da drauf ist. Das Teil wiegt. Das glaubt ihr gar nicht. Wie schwer das ist. Das ist also 1 Gigabyte GDDR3. Office Karte. Ich meine, hat kein HDMI, aber ich persönlich brauche auch kein HDMI. Muss man halt mal schauen. So hier, eine LAN-Karte kann man immer mal gebrauchen. Och guck mal hier, Telekom, ISD, Edden. Meine Güte, die wird auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Aber es könnte sein, dass die noch mit Windows 10 funktioniert, aber es muss auch nicht sein. Ganz oft funktionieren die auch nicht. Aber wenn mal so ein LAN-Port auf dem Mainboard schlapp macht oder der Chipset dafür schlapp macht, dann sind die immer noch ganz gut zu gebrauchen. Hier haben wir noch eine AGP-Karte. Keine Ahnung, was das ist. Bei AGP bin ich auch raus. Ich tippe mal auf irgendwas von Medium oder HP, weil die schreiben mir immer nur so komische Zahlen drauf. Dann sieht man gar nicht, was das eigentlich ist. Hier stehen noch Instruktionen drauf. Quatsch, nicht Instruktionen, sondern wo das Teil herkommt. Ich brauche es nicht mehr. Es kommt irgendwann mal auf einen Schrott oder bei Kleinanzeigen zu verschenken rein. Scheint ja auch nichts Tolles irgendwie zu sein. Also mit den Sachen bin ich durch. So, dann haben wir einmal SATA auf zweimal SATA. Kann man auch super gut gebrauchen. Also diese Adapter sind immer sehr schön. Haben wir hier eine 128 GB SSD. Muss ich noch formatieren. Er meinte, er hätte sie nicht formatiert bekommen. Aber spätestens CMD kriegt das Ding platt. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und dann haben wir hier noch eine weitere 128 GB. Sieht so aus, als wäre die schon mal geöffnet worden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die wurden mal neu gekauft. Kosten 17, 18 Euro auf Amazon. Dann spart man sich dieses Geld auch. So, jetzt kommen eigentlich nur noch Kabel in meiner Kiste. Nichts wirklich interessantes mehr. Wir haben ja noch so ein I.O. Panel von irgendeinem Gehäuse. Ja gut. Meistens zerschnippel ich das nur und baue mir dann diese RGB Adapter daraus. Weil man braucht die Teile halt einfach nicht. Technikkeller würde jetzt sagen, kann man noch ein Bierkisten-PC rausbauen. Aber ich baue keine Bierkisten-PCs. Molex auf zweimal SATA. Kann man immer sehr schön gebrauchen. Dann haben wir hier noch Kaltgerätekabel, IDE-Kabel. Hier noch Molex auf 8-Pin. Kann auch sehr nützlich sein, wenn man genug Molex am Netzteil hat. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob hier irgendwas Interessantes drin ist. Hier haben wir noch DDR3, 2 GB. DDR3, 2 GB. Ist mismatched, aber wenn die trotzdem funktionieren, dann braucht man sich da gar nicht erst beklagen. Und sonst haben wir hier nur irgendwelche PCI-Blenden, irgendwelche Kabel, irgendwelche IDE-Kabel. Hier nochmal SATA-Adapter, SATA-Verdoppler. Ey, die sind echt gut. Die kann man wirklich immer gut gebrauchen. Dann haben wir noch ein paar 5,25 Zoll-Blenden, irgendwelche Treiber-CDs. Hier noch eine Lister-Klemme mit Molex dran. Ja, löte ich persönlich lieber Molex auf SATA. Also das sind die Teile, die braucht man immer, wenn man mit älteren PCs zu tun hat. Hier ist noch ein Audio-Kabel und ein Stein. Aber ich muss sagen, das erspare ich euch jetzt einfach mal. Und wir gucken uns die PCs an. Hier haben wir Dell Nr. 1. Ein Dell Precision T1650. Das ist so eine Workstation. Ich glaube mehr Workstation als Server. Eigentlich hat er nur eine andere Front und sonst ist das ein ganz normales Dell-Gehäuse. Er meinte, er hätte den günstig von einer Firma bekommen. Was ich ja bei Dell so gut finde, du hast hier Eingriff. Zack, ist das Teil offen. Aber dann, finde ich, hört es auch auf, was ich an Dell gut finde. So, wir haben hier Arbeitsspeicher drin. Corsair DDR3 wahrscheinlich. Sieht zumindest stark nach DDR3 aus. Ich sehe schon, wir haben hier die Dell-typischen Power-Anschlüsse hier für den Einschalter. Also, ja, da wird es Fehlermeldungen hageln. Ich meine, es gibt von TechYesCity ein Video, wie man das umgehen kann. Das gucke ich mir mal an und dann entscheide ich mich, ob sich das lohnt, hier das in ein anderes Gehäuse zu bauen oder ob man den einfach so lässt. Das hier ist, glaube ich, eine Quadro. Ne, nur eine 9600 GT. Okay, weil ich habe tatsächlich noch nie eine Quadro besessen. Also noch gar keine. Das hier ist so ein Pentium 4 und PVC. Kann man sich ungefähr schon vorstellen, wie alt dieses Netzteil ist. Aber das Ding hier soll einwandfrei funktionieren. Ich schließe ihn gerade mal an und dann gucken wir mal, ob er läuft. Angeschlossen habe ich ihn. Mal gucken, ob der Hans-G-Monitor noch funktioniert. Also ich finde diese Monitore ja echt beeindruckend. Du kannst die wahrscheinlich ein Jahr in den Garten schmeißen. Die funktionieren immer noch. Oder habe ich den Monitor jetzt ohne Grund gelobt? Was ist der überhaupt an? So, da ist er. Ah, sieht man noch nicht. Ah, jetzt kommt da langsam der Monitor da oben. Okay, F2 für Setup Utility. Also der Lüfter, die Lüfter sind schon relativ laut, wie man das von so einem Server kennt. Wir haben hier 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Von 2013 ist der ungefähr. Wo sehen wir denn hier was über den Prozessor? Hm. Festplatten haben wir offensichtlich keine. Haben wir offensichtlich keine drin. Ach, man kann noch scrollen, sehe ich gerade. Dann steht da bestimmt der Prozessor. Krass, dass so ein BIOS von Dell aus 2013 schon Maus-Support hatte. Genau. Xeon E3270 V2 3,5 Gigahertz. Vier Kerne. Hat, glaube ich, kein Hyper-Threading, aber ist ungefähr so gut wie ein i5 von der vierten Generation. Ja, was soll man sagen, ist ein netter Rechner. Ich glaube, ich zerlege den jetzt nicht. Weil mit Dell-Sachen habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, was den Einbau in ein anderes Gehäuse angeht, mit den Fehlermeldungen. Und dann lasse ich den doch lieber so. Das ist Stress, den ich im Moment nicht nötig habe. Und dann, sage ich ganz ehrlich, lasse ich das Teil einfach so. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den nächsten Kollegen hier an. Der nächste PC ist ein ganz normaler OptiPlex. Ich denke, ihr wisst mittlerweile, wie die aussehen, wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt habt. Ein paar habe ich ja davon schon gehabt. Und auch wieder hier die ganz normale Klappe. Und wir haben wieder DDR3 drin, ganz normal. Keine Grafikkarte. Und ein i5-3470 soll da, glaube ich, drin sein. Und das ist der Dell, der irgendeine Macke haben soll. Ich würde sagen, ich schließe den mal gerade an. So, das komische ist, wo ich den gerade angeschlossen habe, der ist schon sofort angegangen und gar nicht wieder ausgegangen. Also, das hört sich leider schon stark nach Mainboard an. Ich überprüfe erst mal die ganzen wichtigen Anschlüsse und den Arbeitsspeicher. Aber die sind alle drin. Und eigentlich müsste der ja auch piepen, wenn er irgendwas hat. Also schalte ich ihn nochmal ganz normal ein. Mal gucken, ob er irgendwie hochfährt. Dann ein Bild kommt. Sieht auch erst mal nicht so aus, als würde da was kommen. Dann erst mal den Arbeitsspeicher raus, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn da jetzt der gleiche Fehler ist, dann ist das Mainboard in den Fritten. Ja, ist dann halt so. Dann ziehen wir da den i5 raus. Ich denke mal nicht, dass der kaputt sein wird. Und dann passt das auch. Netzteil scheint ja zu funktionieren. Also, ah, er meinte, das ist das Netzteil. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Könnte auch der Arbeitsspeicher sein, so wie sich das anhört. Einfach mal hier einer von den Riegeln, die es dabei gab, rein. Mal gucken, ob er den mag. Ob er dann ein Bild macht. Also, Netzteil kann es eigentlich nicht sein. Weil dann wird der ja gar nicht angehen oder es wird irgendwie komisch schiepen oder so. Also, ich meine, ah, jetzt geht er an und aus. Kann sein, dass er die Spannungen auch nicht mag. Von dem Netzteil. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, weil das hatte ich noch nie. Und der PC ist ja jetzt auch nicht so alt. Was noch sein könnte, hier vorne steht Intel Core i3 drauf. Ah. Vergesst es, da kommt ein Bild. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass vielleicht das BIOS nur auf dem Stand für Second-Gen Intel Prozessoren ist. Aber da ist ja offensichtlich eine dritte Generation i5 drin. Oh, er lüpt wieder, ne? Du hast der Arbeitsspeicher. Gucken wir mal so ins BIOS, was der uns zu bieten hat. Jetzt habe ich nur F1 anstatt F2 gedrückt, ne? Machen wir natürlich nochmal an. Aber allzu problematisch ist das ja nicht. Ein bisschen Arbeitsspeicher hin und her tauschen. Man bekommt die Dinger immer wieder ans Laufen, ne? Jawohl, da sind wir doch so. System Information. Was hat er? 2 GB RAM, ist klar. Habe ich ja gerade rausgenommen. Und ein i5-3470. Wie man sieht, der hat auch hier diesen speziellen Einschalter. Und auch das spezielle Front-Panel. Also wahrscheinlich ziehe ich da den Prozessor raus, klatsche da irgendeinen i3 rein. Wie es da auch vorne drauf steht. Und da habe ich Spaß mit dem i5. Ich wollte nämlich so eine kleine Serie starten, wo ihr dann seht, was ich mit den PCs mache. Was genau dann damit passiert. Weil das hatte ich ja glaube ich noch nie bei so einem Konvolut. Und dass wir vielleicht auch am Ende mal finanziell gucken, was dabei rumgekommen ist, ne? Ob sich das Ganze gelohnt hat. Aber auf jeden Fall, das Teil hier funktioniert auch. Ich lege den schon mal direkt mit rein, weil das wird dann Office-PC mit 4 GB RAM werden. Und dann 500 GB HDD, dann Ebay, ne? Man kennt's. Kostet zwar 10% Gebühren auf Ebay. Aber die Office-PCs bekommt man da am schnellsten weg. Die gehen echt weg wie geschnitten Brot. Also, ich muss den nochmal weiter testen. Aber ich denke mal, das war die Macke, dass der kein Bild gemacht hat. War der Arbeitsspeicher, ne? Ja gut. War jetzt halt ein Glücksfall, dass das Ding sofort wieder funktioniert hat. Okay, nächster PC. So, nächster PC. Hier steht schon mal Thermal-Rite drauf. Und war ein Firmenrechner. Erkennt man hier in diesen ganzen Prüfungs-Stickern. Ja, 2020 hat er wahrscheinlich... War nicht seine letzte Prüfung gehabt oder hätte seine letzte Prüfung bekommen. Also war der auch 8 Jahre im Einsatz, ne? 8, 9 Jahre. Würde ich sagen, ich habe noch nicht reingeguckt. Wir schrauben den gerade mal auf, ne? Und dann gucken wir uns mal an, was drin ist. Ich sehe gerade nämlich genauso viel wie ihr zum ersten Mal. Ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich dachte, ich filme es jetzt mal direkt. Und dann seht ihr auch meinen ersten Eindruck. Ui. Ja, okay. Gleich kommt auch noch ein Schakun-Gehäuse. Und ich sehe, da hat jemand hier die Lüfter transplantiert. Ja, wir haben hier ein Asus-Mainboard. M-RTX ein relativ gutes. Nämlich das P8H67M Pro. Schönes Mainboard, wie ich finde. Bin mal gespannt, wie viel Arbeitsspeicher hier drin ist. Auf jeden Fall haben wir da ein IDE-Laufwerk. Eine Floppy. Und hier vorne ist auch noch ein USB-Hub drin. Also das Gehäuse ist ziemlich alt. Die Technik ist relativ neu. Wahrscheinlich hat sich die Firma damals gesagt, komm, wir sparen uns das Geld fürs neue Gehäuse. Oder hier die Person, wo ich die PCs gekauft habe, der hat die umgebaut. Ist auf jeden Fall das LC-Power-Netzteil mit. Es steht natürlich nicht drauf, aber irgendwie 550, 600 Watt sollen da wohl angepriesen sein. Aber das Netzteil hat es, denke ich, nicht. Wir haben hier auch nur einen 6-Pin-Anschluss. Oh Mann, das kann ja was werden. Aber hey, wenn man diese Netzteile nicht überfordert, sind die gut. Ich schließe den Rechner mal an. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, Schalter am Netzteil ist an, sollte der Rechner jetzt angehen. Und das tut er auch. Ihr seht schon hier hinten leuchtet es blau. Da ist der blaue Lüfter eingebaut. Und macht er jetzt irgendwas? Jawohl, da piept er schon. BIOS-Batterie ist vielleicht leer. Ja, oder auf jeden Fall wurde hier was an den BIOS-Einstellungen verändert. Wir haben 12 GB DDR3. Hier sind nur zwei Sticks drin. Also wahrscheinlich 1x8 und 1x4 GB. 1333 MHz. Aber der i5-2500K ist auf jeden Fall eine nette CPU. Der hat heute immer noch viel Leistung. Festplatten haben wir hier keine drin mit dem Netzteil. Habt ihr alles gesehen? Aber auch hier kann man sich die Spannung vom Netzteil angucken. Und da passt soweit alles. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Also auch nach 8-9 Jahren scheint das LC-Power-Teil noch gut zu sein. Unter Last ist es nochmal eine andere Frage. Aber ich hatte es erst einmal oder so, dass ein Netzteil erst unter Last geschwächelt hat. und nicht schon, als es im normalen Betrieb war, irgendwie sich komisch verhalten hat. Aber ein Lüfter hat einen Lagerschaden. Und es scheint, als wäre das der Schakun-Lüfter hier, der beleuchtete. Na, schade drum. Und der Intel-Box-Kühler, der fängt auch schon an, so ein bisschen zu rattern. Der hat zwar noch keinen Lagerschaden, aber irgendwann werden die halt ein bisschen lauter. Okay, nächster PC. Hier haben wir den nächsten Rechner. Da ist tatsächlich nur Mainboard und Prozessor und Arbeitsspeicher drin. Hier die Klappe vorne mache ich mal auf. Was haben wir da? Nur ein ganz normales CD-Laufwerk. Hier oben sind ja so Zettel drauf. Ich kann ihn gerade mal abmachen. Und das ist der einzige Zettel, wo ein Preis dran stand. 20 Euro? Selbst dieser Phenom X6 1075T mit 8 GB RAM und dem Mainboard ist mehr wert als 20 Euro. Das wollte ich mal nur gesagt haben. Hier gibt es zwei so Laschen am Gehäuse. Die kann man ziehen. Und dann sollte das Seitenteil auch abgehen. Na komm, wie geht das denn ab? Hä? Bin ich doof? Ah, jetzt geht es ab. Dann haben wir da den PC. Oh, 4 x 2 GB. Auch schon länger nicht mehr gesehen an Arbeitsspeicher. Leider, leider fehlt die Blende. Da gucke ich mal, was die kostet. Aber das Teil soll schon USB 3.0 haben. Ich weiß nicht, ob hier auch ein FX-Prozessor draufpasst mit dem BIOS-Update. Muss ich mal gucken. Weil ich habe gerade einen FX 8320. Der macht Probleme. Und ich sehe gerade, das Gehäuse kommt weg. Hier hat sich jemand ausgetobt. Wahrscheinlich, dass eine Grafikkarte da reinpasst. Ja, das Gehäuse ist eh hin. Das ist alt. Das ist dreckig. Lohnt sich nicht, das sauber zu machen. Hier war wahrscheinlich noch ein schönes Netzteil drin. Schöne Grafikkarte. Hat dann jemand rausgeholt. Kann ich auch nicht übel nehmen. Aber solange das hier funktioniert, sollte das schon passen. Ich schließe den jetzt mal nicht an. Das erspare ich uns. Ich gehe mal stark davon aus, dass der funktioniert. Und dann gucken wir uns den letzten Rechner an. Mein persönlicher Favorit. So, letzter PC. Das ist so ein Schakun-Gehäuse. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und wenn man die auf Kleinanzeigen findet, sind die eigentlich immer zerdellt, zerkratzt. Weil die einfach so billig sind. Also früher haben die schon 40 Euro gekostet. Und wo es noch nicht so viele 40 Euro Gehäuse gab. Also heute kriegt man wesentlich bessere für 40 Euro. Die eine bessere Qualität haben und auch besser aussehen. Aber ihr seht schon, hier ist ein schön großer Kühler drin. Und hier sind keine Daumenschrauben dran. Ich schraube den gerade mal auf. So, da war jetzt ganz schön viel Spannung drauf auf dem Seitenteil. Aber ich glaube einfach ein paar Mal draufhauen, ein paar Mal richtig biegen. Dann geht das wieder. Ich dachte der wäre größer. So, das ist ein richtig süßer Kühler. Den habe ich so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was steht hier drauf? Wie viel Arbeitsspeicher soll hier drin sein? 4 GB nur. Waren wahrscheinlich mal 16 drin, ne? Ja, passt schon. Das hier würde ich sofort mit der GTX 770 kombinieren. Schöne Terabyte Platte rein. Schöne 120er SSD rein. Und dann noch das Ganze in ein anderes Gehäuse. Und zack hat man einen schönen, preiswerten Gaming Rechner. Auch dieses Seasonic Netzteil mit 500 Watt wird passende Anschlüsse haben. Wie zum Beispiel hier 2x6 Pin. Ich habe noch einen 6 Pin auf 8 Pin, eine Erweiterung. Und dann sollte das auch soweit passen. Aber dieses Mainboard ist wunderschön. Mit dem Kühler, hat USB 3.0. Hat alles, was man will. Könnte man auch super in die 7 draufpacken. Aber die 7 Prozessoren sind teuer. Auch hier, wo man normalerweise hier noch so eine Blende hat. Für die PCI Slots. Das fehlt halt immer bei diesen Gehäusen. Die sind halt immer gerockt, ne? Aber ich kenne sie so nicht anders. Und dann passt das auch. Hier hat jemand die Lüfter ausgebaut. Einer ist hier vorne noch drin. Und der hinten fehlt. Der hat hier einen Lagerschaden. Der war in dem anderen Rechner. Ich muss mal gucken, was ich mit diesem Gehäuse anstelle. Aber ich würde auch sagen, den können wir doch mal gerade anschließen. Angeschlossen ist er. Jetzt sollte gleich der Lüfter, oh, hier vorne blau leuchten. Das tut er. Sollte das Ganze auch gleich ein Bild machen. Hoffe ich doch. Ja, den PC bekomme ich leider nicht ans Laufen. Das finde ich ziemlich schade. Muss ich mich nochmal irgendwann dran setzen. Aber ich lasse euch jetzt nicht im Dunklen. Denn es gibt ja noch eine Fortsetzung. Es soll ja eine Serie geben, was ich mit den PCs mache. Was damit passiert. Und ob dieser PC läuft oder nicht, das werdet ihr im nächsten Video erfahren. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und dann möchte ich noch von euch wissen. Fandet ihr? Das war ein guter Deal. Hättet ihr 300 Euro für all diese Teile bezahlt? Ich finde ja. Aber ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Alles klar. Bis zum nächsten Video. Ciao. .